Hallo, mein Name ist Anke Tetz und ich komme aus Feyingen an der Enz. Schön, dass Sie auf meine Webseite aufmerksam geworden sind und ich mich Ihnen vorstellen kann, Sie einen persönlichen Eindruck von mir bekommen. Seit vielen Jahren berate ich Menschen, Beratung in den verschiedensten Situationen, sei es als Führungskraft, Yogalehrerin, als Betriebsrätin oder auch als Freundin. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und ich habe gemerkt, dass ich Menschen damit helfen kann. Da ich selbst betroffen bin. Ab 30 wollte ich Mama werden und es hat nicht geklappt. Ich bin daraufhin gleich den Karriereweg gegangen. Es war vermeintlich einfacher als darüber zu reden und sich zu überlegen, wie es in meinem Leben weitergehen kann. Um die Lücke zu füllen, habe ich diesen Weg beschritten, war damit aber nie glücklich. Ich war viel krank, fühlte mich nie richtig angekommen und wusste nicht warum. Dann kam auch noch Burnout. Heute erkenne ich den Zusammenhang. Damals war es mir nicht möglich. Und deshalb möchte ich Frauen helfen. Frauen, die in dieser Situation stecken, dass sie ihren Weg finden und dass sie glücklich, selbstbewusst, strahlend durch ihr Leben gehen. Ganz wichtig, ich verstehe sie und ich kenne ihren Schmerz. Ich weiß aber auch, wie es da wieder rausgeht, wie es besser wird. Gemeinsam kriegen wir das hin. Reden hilft in diesem Fall. Und dann schauen wir gemeinsam, wie es rausgeht aus diesem Tal, hin zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Wenn Sie jetzt den Eindruck gewonnen haben, dass wir zusammenarbeiten können, melden Sie sich bei mir.